So Leute, ich bin zurück aus Prag. Ich war beim Eternal Weekend und hab dieses Deck hier gespielt, was ich euch jetzt zeige. Das Deck hätte wesentlich besser performt, hätte dieser Mann besser performt. Ich war an dem Tag echt nicht gut drauf und bin irgendwie 0-2, 5-2, 5-4 irgendwie sowas gegangen. Also 0-2 gestartet, mit 2 Looses, dann 5-2 hochgezogen und dann irgendwie 5-4 oder irgendwie sowas in der Richtung. Am Ende war ich 5-4 und leider außerhalb der Preise. Ganz ganz knapp. Aber das Deck ist stark. Glaubt mir, das Deck ist stark, auch wenn ich damit nicht so gut performt hab. Das Deck ist gut. Gucken wir mal rein. Wir spielen Fetch Länder, 7 Stück an der Zahl. Einmal das Rot-Blaue, damit kann man Rot-Blaue Länder fetschen. Und Blau-Schwarze. Ihr könnt auch diesen beliebigen Split machen mit hier noch 2 Blau-Grüner rein und dann noch ein Blau-Weißes rein, damit es nicht pithyniegelbar ist. Das geht alles. Ich bin halt, ja, ich bin so faul dafür. Dann spiele ich 3 Wastelands. Will ich nur 3 Wastelands. Viele spielen 4 in so Listen. Ich spiele 3, weil ich spiele auch noch eine Insel. Ich liebe meine Insel. Ich gehe nicht ohne meine Insel aus dem Haus. Zumindest nicht in so einem Deck. Ich habe euch ja schon das Bugscam mal gezeigt. Da würde ich auch ohne Insel aus dem Haus gehen. Aber hier gehe ich nicht ohne Insel aus dem Haus, dementsprechend. Insel. Dann 3 Vulcanic Islands. Tappen für ein rotes oder Tappen für ein blaues kann man mit allen unseren Fetch Ländern finden. Kennt man. Dann. Jetzt kommen eine Menge Duels. Blau-Grün. Tropical Island. Kennt man auch. Und Blau-Schwarz. Underground Sea. Denn dieses Deck basiert darauf, dass ich mir gedacht habe, hey, es gibt diese Rug-Delver-Listen. Und das Tunnel Wicket wurde ja auch von einem Rug-Delver gewonnen. Ich finde aber Delver ist aktuell eine richtig schlechte Karte. Mit Bowmaster und haufenweise komischen Fliegern, die irgendwie zwei vorne und vier hinten haben. Keine gute Karte. Bowmaster hingegen ist eine gute Karte. Also habe ich einfach vier Delver-Secrets aus einem Rug-Delver-Deck genommen. Und habe sie gecuttet. Und dafür vier Bowmas da reingenommen. Ja. 2x1-1 Flash. Beim Reinkommen und jedes Vernehmung. Dann eine Karte zieht außer der erste in seinem Zug, in seiner Draw-Step, einen Schaden zu. Und wir kriegen Amas Org 1. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gute Karte. Gute Karte. An der Stelle kann ich einmal Werbung machen. Unbezahlte Werbung. Ein cooler Org-Army-Token. Von dem guten Kaiser Vatari. Sehr, sehr cooler Mann. Ihr könnt mal unten in der Videobeschreibung schauen. Da steht der Link zu seinem Shop hin. Kann ich wirklich empfehlen. Super lieber Mensch. Wirklich so ein Herzensmensch. Hat mir so das Herz geöffnet im Eternal Weekend. Das ist so ein herzensgut. Ach, großartiger Mensch. Könnt ihr unterstützen. Das ist ein großartiger Künstler. Könnt ihr reinschauen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich besitze auch Patreon. Und dort könnt ihr einen kleinen Obolus mir monatlich zukommen lassen. Mit dem ich mir das Ganze hier ein bisschen finanzieren kann. Weil sie langsam... Ja, es nimmt ein bisschen Zeit in Kauf. Und es kostet auch ein bisschen Geld. Und das hilft immens. Wenn ihr das nicht könnt. Seid bitte nicht traurig. Dann könnt ihr liken. Und ein Abo dalassen. Und ja. Sowas machen. Freut ebenfalls. Dementsprechend. Ja. Gehen wir zurück zum Deck. Wir haben wie gesagt vier Bowmaster. Dann vier auch neue Karten. Questing Druid. Zwei Mana 1-1 Kreatur. Die immer wenn wir einen schwarzen, blauen, roten Zauber spielen. Oder weißen. In unserem Deck halt kein weißer. Legen wir eine Beseins-1 Marke auf den. Und wir können den für drei Mana, können wir das Ding exilen. Aus der Hand. Und auf Adventure schicken. Und können die obersten zwei Karten des Decks exilen. Und sie bis zum nächsten Endstep spielen. Das heißt, wenn wir es im Gegnerzug machen. Können wir damit auch Karten wie Forzofil. Spoiler. Hier ist Forzofil drin. Und ähnliches auch im Gegnerzug noch spielen. Und unsere ganze Runde. Ist sehr stark. Und man kann mit dem sehr cool baiten. Wenn man ihn halt spielt. Und dann der Gegner so. Oh. Orcish Bowmaster. Den Dude down. Weil man ihn einfach für 2-2 gespielt hat. Und dann macht der Gegner Daze. Macht man Daze. Und der Gegner so. Ja. Dann force ich deinen Daze. Und so. Ja. Dann lege ich meine Plus 1-1 Marke auf den Druid. Oh. Ja. Und dann überlebt der Druid sowas. Das ist eine sehr sehr coole Karte. Sehr starke Karte. Darf man nicht unterschätzen. Dann spiele ich 2 Brazen Burrera. 3 Mana 3-1 Flash fliegen. Kann nur fliegende Kreaturen blocken. Und für 2 Mana können wir eben zurück auf die Hand was bouncen. Das ist so ein bisschen so ein Adventure-Style 4-Color-Control-Deck. Ja. Dann haben wir noch Mercdite Regent. Als Finisher 3 Stück. 7 Mana 3-3 Delph. Man kann eben Karten aus dem Friedhof exilen. Bei Incident Sorcery kriegt er eine Plus 1-1 Marke, wenn die aus dem Friedhof irgendwo hingehen. Und ja. Ist sehr stark. Er kriegt dann eine Plus 1-1 Marke für die Incident Sorcery, die wir delven. Deshalb. Sehr cooler Finisher. Kann 2 Mana 8-8 sein. Dementsprechend fliegend. Schnell. Schnell tot. Und natürlich Dragon Rage Chandler. Der bessere Delver auf Secrets. 1 Mana 1-1. Immer wenn wir nicht Kreaturen sauber casten, können wir Surveil 1 machen. Das heißt, die Oberste gerade angucken, sie in den Friedhof legen. Und wenn wir 4 oder mehr verschiedene Kartentypen im Friedhof haben, dann ist der ein 3-3 Flieger. Das heißt, wir haben zum Beispiel Länder, Kreaturen. Und was ich mir dann gedacht habe, natürlich spielt man in so einem Deck Mishra's Bubble. Ich spiele jetzt nur 3 Mishra's Bubble. 0 Mana, Artefakt, Tappen, Opfern. Man guckt sich die Oberste gerade des Decks an vom Spieler. Und zum nächsten Upkeep zieht man eine Karte. Wirklich, wirklich gute Karte. Triggert auch Dragon Rage Chandler. Das heißt, man kann Turn 1 inlegen, Turn 2 die Bubble legen, triggert den Dragon Rage Chandler. Der hat vorher gefetscht, legt eine Kreatur in den Friedhof, geht dann hier mit suchen, hat dann noch einen Daze und hat den dann auf 3-3 oder so. Starke, starke Karte. Und was ich als Überraschung da drin spiele, sind zwei Seal of Removal. Das sind 1 Mana Enchantments, die, wenn sie ins Spielwerk kommen, eben auch zum Beispiel den Dragon Rage Chandler triggern. Nicht den Merktite, aber das ist egal. Und man kann sie halt opfern, um eine Kreaturzgift auf die Hand zu geben. Das bedeutet, gegen Brazen Burra, der ja auch was bouncet, kann man auch noch Seal of Removal zum Bouncen benutzen. Was super stark ist gegen diese ganzen Scam-Spieler, diese ganzen Trolle, diese ganzen anderen Merktite-Regenten von Gegnern, die dann nach wie da sich hochfuttern müssen, Urus aus dem Weg bouncen oder irgendeine komische Kreatur, die die angreift oder die erste Runde rausgecheatet wurde. Dann einfach Seal of Removal, Bounce, so, so gut. Niemand rechnet damit. So gute Karte. Wirklich gute Karte. Und triggert, wie gesagt, Dragon Rage Chandler und ist ein Enchantment, wodurch es nochmal einen anderen Kartentyp drin hat. Nächster Kartentyp, 4 Ponder. 1 Mana, wir gucken uns sowas in 3 Karten an, legen sie beliebig zurück, können dann shufflen, wenn wir wollen. Und dann hat sie eben eine Karte. Sehr, sehr gute Karte, ist eine Sorcery, unsere einzige Sorcery. Das heißt, wir haben 4 Sorcerys, 2 Enchantments, 3 Artefakte, 4, 8, 10, 13 Kreaturen, äh, 17 Kreaturen. Ich glaube, 18 Länder und der Rest sind Instants. Kommen wir nämlich zu den Instants. Brainstorm, 3 Karten ziehen, 2 Karten aus der Hand oben drauflegen. Der Main, die Main Karte im Legacy, weshalb Orkish Bowmaster auch eine gute Karte ist. Spielt eigentlich fast jeder. Dazu Days. 4 Days. Man kann eine Insel sogar auf die Hand nehmen, statt die Mana Kosten zu bezahlen. Und, ähm, man counter einen Spell, wenn er nicht ein Mana mehr bezahlt. Wie gesagt, sehr gute Protection für den Dragon Rage Chandler Turn 1 oder für so einen, äh, Turn 2 Druid. Sehr gute Karte. Dann 4 Force of Will. Wir kontern Spell, wir können aber auch, statt 5 Mana zu bezahlen, eben eine andere blaue Karte aus der Hand exilen. Wir haben sehr viele blaue Karten drin, wie ihr seht. Und, äh, den Spell kontern, ist auch ziemlich gut. Und dann auch, 4 Lightning Balls für 1 Mana, 3 Schaden an der Kreatur am Spieler. Sehr gute Karte. Muss ich nicht viel zu sagen. Sehr, sehr gute Karte. Äh, Lightning Balls, 3 Schaden schießen. Wir sind in Aggo Deck, wir sind in Tempo Deck. Wir versuchen schnell Stuff aufs Board zu bekommen, den zu protecten, den Gegner kaputt zu hauen. Und wir haben so einen leichten, wie gesagt, so einen leichten grünen Splash, so einen leichten Schwarz Splash. Wir haben 4 schwarze, 4 grüne Karten drin. Ansonsten spielen wir theoretisch einen UR Delver. Ohne Delver. Und, äh, das sieht man auch im Sideboard. Denn unser Sideboard besteht fast nur aus roten und blauen Karten. Wir haben 3 Pyroblasts. Normalerweise propagiere ich immer einen Split zwischen Pyroblasts und Red Elemental Blasts. Ähm, ich muss aber hierbei leider sagen, dass gerade sowas wie Marktide oder auch der gute Dragon Rage Channeler einfach auch mal daraus einen Surveil machen. Tavis das Spiel gewinnt. Ähm, deswegen hab ich's lieber, dass ich's auch einfach, einfach spielen kann. Ja, deswegen. Pyroblasts, 3 Stück. Gegen blaue Decks. 2 Meltdowns für ein rotes und X. Zerstören wir jedes Artefakt mit Mannakosten von X oder weniger. Äh, sehr, sehr gut gegen diese ganzen Eldcast-Gedöns-Decks, die aktuell rumlaufen. Und dazu ein Null-Rod. 2 Mana, äh, Artefakte können nicht aktiviert werden. Macht auch diese Artefakte X kaputt. Wir wollen Artefakte X kaputt machen. Dann haben wir noch ein anderes Artefakt und zwar Gravedigger's Cage. 1 Mana, wir können, äh, Kreaturen und, äh, äh, Karten nicht aus Friedhöfen oder Ländern spielen, was sehr gut ist. Ähm, weil machen wir sowieso nicht und den Gegner stört es ein bisschen. Und, ja, das ist eine gute Karte. Dazu haben wir noch aus dem Friedhofshass 2 Surgical Extraction. Ihr seht schon, es ist hybrides schwarzes Mana, beziehungsweise phryxianisches schwarzes Mana. Wir können auch 2 Leben bezahlen, statt das zu machen. Und wir exilen eine Karte aus dem Friedhof und alle mit dem selben Namen aus Hand, Deck und Friedhof. Ähm, ja, kennt man. Das ist Gravedirt Hate mit dem Gravedigger's Cage. Dann ein zusätzlicher Removal, ein Dismember. 2 Phryxianische Mana und ein Farbloses. Mit Kreaturik, minus 4, minus 5. Das alles sieht nach einem stinknormalen Delver-Sideboard aus. Die einzige Ausnahme ist dieser One-Off-Black-Hack-Ingenieur. Ähm, 2 Mana, äh, 2 Mana, 2, 2 Death-Touch. Und man sagt, ein Kreaturentyp, wenn das Spiel verkommt, alle Kreaturen mit diesem Kreaturentyp kriegen, minus 1, minus 1. Ich hatte noch einen Platz frei und ich wollte den spielen. Ich habe ihn nie gesideboardet. Kann man irgendwas anderes drin spielen. Aber ich habe zumindest eine schwarze Karte im Sideboard, die ich auch reinnehme. Dann habe ich noch einen Hydroblast. Blaue Karte, die rote Karten zerstört und rote Zauber kontert. Dann ein Counterbalance, 2 Mana, Enchantment. Da sagt, wenn man in der Gitarre Zauber spielt, kann man die Osterkarte das Dex aufdecken und Karten mit derselben Mana kosten machen. Die habe ich sehr oft im Spiel gehabt und ganz oft vergessen. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Ich bin ein Spieler der alten Töpfchentage. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass hier irgendwie, äh, das benutzt wird. Da muss ich mit üben. Und dann kommen noch zwei Force of Negations gegen Combo-Decks. Ähm, für Force of Will ähnliche Effekte. Force of Will Nummer 5 und 6. Äh, manchmal braucht man das. Dementsprechend haben wir das Sideboard. Das Sideboard sieht aus wie ein stinknormales U-Adair-Sideboard. Äh, man hat gegen Blau was, man hat gegen, äh, irgendwelche Grave-Chart-Sachen was, man hat gegen Artefakte was. Und so ein bisschen was an, an, ja, entweder blauem Counter oder normaler Counter. Das war's schon. Das ist das Sideboard. Das Deck ist sehr, sehr straightforward. Aber dazu gehen wir jetzt in den Deck-Talk. Ich habe euch ja schon lang und breit über das Deck erzählt. Das Deck ist wirklich cool. Das Deck ist wirklich großartig. Ich finde das Deck mega, mega witzig. Und auch sehr, sehr powerful. Also unterschätzt es nicht, nur weil ich an den Tag nicht so gut gespielt habe. Das Deck ist sehr, sehr gut und sehr stark. Und alleine die Möglichkeit, was ihr hier für ein Power-Level an Kreaturen habt da drin, das sind die All-Stars der letzten vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, was auch immer. Das sind die All-Stars. Das sind wirklich die besten Kreaturen, die sie rausgedruckt haben. Dragon Raid Shiller, Merc Tide, seitdem sie raus sind, brokene Karten, Questing Druid, absolut bonkers und Bowmaster sowieso, absolut broken. Und damit gewinnt ihr das Spiel. Ihr habt Counter, ihr habt Card Draw, ihr habt Cantrips ohne Ende im Deck. Und dann habt ihr halt noch Removal, dass euren Gegner halt dafür sorgt, dass ihr völlig am Gegner vorbei rennt. Also der Gegner muss halt so viele Sachen machen, um euch aufzuhalten eigentlich. Das ist so, 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 so stark. Weil ihr rennt einfach an ihm vorbei, dann soll er halt ein 8-8-Konstrukt haben. Ihr habt einen Druid, der größer ist, ihr habt einen Merc Tide, der größer ist, der Baumaster verhindert, dass er was macht. Und im Notfall, wenn es euch wirklich, wirklich nervt, dann bouncet ihr es halt. Oder wenn es kleiner ist, dann boltet ihr es halt. Es ist so ein schönes Deck, es ist so stark, es ist so cool. Wenn ihr die Karten rumliegen habt oder wenn ihr proxen dürft bei euch, probiert es mal, proxen es mal, spielt es auf Magic Online oder sonst wo. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen und will ich ans Herz legen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Deck zu spielen. Und ich würde in Zukunft gerne noch ein bisschen weiterspielen. Dementsprechend werden da wahrscheinlich noch ein paar Videos zukommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze mittlerweile. Es tun leider immer noch nicht alle. Dementsprechend bitte, bitte, bitte abonniert. Daumen nach oben, das würde mich mega freuen, wenn es euch wirklich gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr mir auch mal schreiben, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht kann ich ja was ändern, damit es euch gefällt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao, ciao.